Herzlich Willkommen, Ladies and Little Men! Was geht ab? Herzlich Willkommen zurück zu The Journey Down. Chapter Nr. 1. Wir haben hier einen Typen zu stehen, der ziemlich unfreundlich aussieht. Hola, Mann! Was willst du? Ich möchte in die Lounge, wenn ich kann. Was? This deck is for VIP guests only. Crawl back down to the engine room, or whichever dirty old you came from. Hey. Spocken einen aus wie Hitler und spricht... Hola, Mann! Was do you want? Table for two, please! Was? This deck is for... Okay, der lässt uns nicht durch. Wo können wir noch hin? Wo können wir überall hin, ey? Cool, dass wir jetzt auf dem Schiff sind. Oh, die Küche! Was geht denn, Alter? Was geht? Es geht... Oh, sorry about that. It's a bad habit, throwing knives when angry. What's the matter, man? Why does that face? Oh, it's this stew. I can't get it right. Oh, sorry. No matter what I try, it just turns out rotten. Local specialty, eh? Let me guess. Muddy yagla stew? Yes. How do you know? It smell right? No, sorry. Yagla stew is notorious for being tricky. That's all. Please. Oh, I'm lost. Rwant. And there's no hope. I must focus. I must not give up. Hmm. You must not disturb me while I'm cooking. The kid over at the diner can help you. I'm sure he's the best chef I know. Do not disturb me! I told you to not bother me. I am one with my cooking. I need to focus on getting my yagla stew right. Oh, okay. Den können wir, glaube ich, nicht mehr überreden. Madness! This yogurt stew actually tastes like yagla. Makino would never let that happen. Okay, gehen wir raus. Ist der Küche. Äh. Immer nach hinten. Immer nach oben. Oder oben. Hier, jetzt wieder rüber. So. Hm. Ja, okay. Hey! Nadia, das... Wir bräuchten die Engels von denen, wa? Naja. Was man probieren möchte. Der Arme muss immer über... seine Höhenangst überwinden. Cleaning Crew hier! Back way! Wir können keine Cleaning Crew haben, die unsere Gäste zu dieser Zeit haben. Wir sind verletzt. 50er Mann! Schuss, geil. Wir müssen... Warte mal. I think I'll keep it. Okay. Okay. I think... Okay, das bringt nichts. Dann gehen wir wieder rüber. Runter von der... Scheiße hier. Okay, wir können uns auch nichts... Neues... ...sagen. Mit dem haben wir jetzt auch nichts... ...weiter am Hut, oder? Vielleicht irgendwie... Okay. Na gut, wir haben noch einige Optionen offen. Wir können Markeena reden. Wir können... Können wir nicht eigentlich versuchen. Ich vermutlich... ...irgendwie müssen wir diesen Scheiß noch... ...reparieren und so... Die Ferien bräuchte die Nerven so krass. Die Ferien bräuchte die Nerven so special. Das, Buono, ist mein eigenes Geist. Aber ich sage dir was. Ich bin all aus Spice und ich habe nicht die Ingedienste hier. Wenn du mit mir mixen eine neue Javitt, ich werde dich in auf die Recipe. Sounds like we have a deal, Lady. Hmmmm. Salt, Oil, Ginger, Chili, Lemon, und Sherville. What the heck is Charville? It's an herb. Good luck finding it. No worries, Makina. I'll have this mixed up for you in no time. Okay. Talk to you later, Makina. You take care of yourself, Buono. It's a chili hummus. It's a recipe for Makina's Magic Yoglar Spice Mix. We're still missing some stuff, it seems. A twist of fresh spring lemon, a teaspoon of fine salt, a couple red hot chilies, one pinch of finely chopped ginger, one cup extra virgin olive oil, two tablespoons of fresh churvel. So chili haben wir da schon. I think... Spice container. In you go. Hey, there's still some left. Might come in handy. Oh, okay. Jetzt musst du alles rein, oder was? Okay, da müssen wir noch mehr finden. Scheiße. Also Salz ist da hinten. Können wir das irgendwie nehmen vielleicht? Spice container. Zitronen? What the hell, ey? Was hab ich das alles herkriegen? Von dem Koch, der hat, glaub ich, Zitronen vorne, oder? Wollen wir mal sehen. This salt will be great for a spice mix. I'll grab some and put it in a mix. Plops einfach reingelegt. Gut. Salz, Chili haben wir schon. Dann gehen wir zum Koch. Mit endlich was zu tun hier. Nicht mal so rumrätseln. Komm schon, gibts Chili her, Alter. Wollen wir nicht irgendwie auffangen? Ah, okay, okay. I'll share my spice when I'm... This is Mama McKee. It would strangle me if I could. Ah, okay. Können wir das vielleicht da rein? I'm sure we can see this too. We're still missing some... Ich brauch die Zitrone, die er immer hat. Ich brauch die Zitrone, die er immer hat. Pff. Scheisske. Nein! Madness! This is the Makin! Scheiße, ich dachte, ich kann uns mich fangen, oder so. Und. Ich bin da noch ein Horn, ey. Komm, du... Nein, Scheiße. Okay. Äh, wo kriegen wir das hin? Wo kriegen wir jetzt die Throne her und alles? Boah, ich kriege mir das hin, ey. Boah, ich kriege mir das hin, ey. Boah, ich kriege mir das hin, ey. Was? Können die... Ey, ich habe gerade ne Idee. Ich bin da. Hey, wie schaffst du, mich zu helfen, diesen Propeller zusammen? Wie schaffst du, ich zu deinem Gesicht auf meiner Bühne? Mach es, Junge. Okay, okay, relax. Die ist aber unfreundlich. Du kriegst den Mob ins Fäße. Vielleicht probiert alles durch. Scheiß, Mann. Ich will in die Kopplettlösung schauen. Ich hab keinen Bock drauf. Ehrlich nicht. Ich könnte hier noch irgendwas machen. Kriegen wir den scheiß Propeller gefixt, ey? Was können wir denn noch machen? Wir können erstmal zum Flugzeug gehen. Dort. Keine Ahnung. Okay, du mal den Mob zeigen. Okay, das zeigen können wir wahrscheinlich niemanden zeigen. Bis das fertig ist. Oh Gott, vielleicht hätte ich die Menschen gebrauchen eigentlich. Okay, dann nicht. Hey, buddy. Kannst du das helfen? Danke, Mann. Aber ich kann... Okay, dann nicht. Ich denke, das ist auch nicht weiter der Typ. Also irgendwie muss man das Ding noch zusammenkriegen. Also von der Alten da, aber die ist ja... ...völlig gestört. Ich denke, ich kann das mal nicht werden. Den macht uns mal einen Kollegen mal. Hey, Seilers. Hey, Kid. Okay, ja, machen wir nichts neues. Keine Ahnung... Willst du mich hier fragen? Ich bin sicher, Makina hat das schon gut geschnitten. Ich denke... Naja... Gut, hier ist nichts zu holen, oder? Gucken wir ein Savegame machen übrigens. Scheiße... Zutaten... Kapeller... Das komische... Ich wollte da runterklicken. Das komische Hebel da sein soll... Okay... Ich möchte den Ob da reintun... Oh, okay... Dann halt nicht... Vielleicht noch irgendwelche Zutaten hier drin... Das ist leer, oder? Ich habe mich nicht vertraut. Er war... Ich habe versucht, in die Komplettlösung zu schauen, ne? Aber... Vorher gucke ich nochmal ein bisschen... Also ich wette, der Vogel da... Der hat ganz bestimmt... Eine Zutat in seinem Nest... Ich habe mir lieber vielleicht... Ah... Hier ist no where... Okay... Hätte er sein können... Ich... Das... Frustrieren hier bei solchen Spinnen manchmal... Tut mir leid... Gucken scheiß drauf... Okay... Fixe Propeller... Aha... Ich baue jetzt mal nur fixe Propeller... Man soll... Das hier machen... Soll sie nochmal drauf ansprechen... Hey, how about... Aha... Beat it! Okay... Dann soll man nochmal zurückgehen... Mal zum mal machen... Was sollen wir machen? Haha... I just can't get enough of it... Ah... Okay... Jetzt ist sie geblendet... Was ist das denn? Was ist das? Ja, du. Ich nehme das verdammte Ding und lasse mich zurück zu arbeiten, okay?